Wir kommen jetzt zu einem Mann, dem sind Sie schon oft begegnet, ob als Schauspieler im Fernsehen oder auf der Bühne, in Theaterstücken, bei Musicals oder Sie erkennen seine Stimme, weil er als Synchronsprecher den Schauspielern seine Stimme borgt, im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht so gut Deutsch sprechen wie ich, wie die Schauspieler heute so reden, wenn sie was schauspielen. Auf jeden Fall, er kann das. Unser Björn Landberg ist heute hier und der singt ein Lied, er ist zum ersten Mal da, eine Schande, ich gestehe, aber er ist nicht zum letzten Mal da, das sage ich jetzt schon, bevor er noch gesungen hat, dann träumen wir diesen Traum, singt er, nicht nur wunderschön, sondern es ist nicht nur sein Traum, unser aller Traum vom Frieden. Meine Damen und Herren, hier ist Björn Landberg. Wenn das Lachen aller Kinder auf der Erde laut erklingt Dann träumen wir diesen Traum, es gibt auf der Welt nur noch Frieden, jeder reicht jedem die Hand. Menschen, die einander lieben, dann träumen wir diesen Traum, und wenn wir beide dran glauben, könnte ein Wunder geschehen, diese Hoffnung bleibt bestehen. Wenn im Himmel alle Engel für uns beten, heute Nacht fühlen wir in unseren Herzen, Dann träumen wir diesen Traum, diese Liebe und ihre Macht. Dann träumen wir diesen Traum, es gibt auf der Welt nur noch Frieden, jeder reicht jedem die Hand. Menschen, Menschen, die einander lieben, dann träumen wir diesen Traum, und wenn wir beide dran glauben, könnte ein Wunder geschehen, diese Hoffnung bleibt bestehen. Dann träumen wir diesen Traum, dann träumen wir diesen Traum, es gibt auf der Welt nur noch Frieden, jeder reicht jedem die Hand. Menschen, Menschen, die einander lieben, dann träumen wir diesen Traum, und wenn wir beide dran glauben, könnte ein Wunder geschehen, diese Hoffnung bleibt bestehen. Ich habe es dir gesagt, du wirst dich wohlfühlen bei uns, in unserem kleinen Weinstabel. Vielen Dank, wir hören ihn nachher noch einmal mit einem Lied, das haben Sie sich gewünscht, was heißt gewünscht, das haben Sie uns direkt gedroht, haben Sie uns, wenn wir das nicht spielen. Er übernimmt das und singt das.